Ich bin Charlotte Klauser, ihr kennt mich ja schon durch die letzten Tourtagebücher. Und ich spiele halt die Fliege, die Eintagtsfliege und die Schnecke. Es wurde nämlich ursprünglich angefragt, ob ich nicht Bock hätte, die Lili zu singen. Und kam dann auch zu Maffa ins Studio und er hat mir die ganze Geschichte vorgelesen. Das war total ein spannender Moment, weil das Buch gerade auch erst entwickelt worden ist. Ich saß bei ihm im Studio und da gab es so die ersten Ideen, wie es funktioniert. Und er hatte gefragt, ob ich die Lili sein will. Und dann habe ich den Song auch eingesungen. Das Ding ist halt, man muss ja wirklich richtig gut zu der Rolle passen, weil wir müssen jetzt drei Monate diese Rolle verkörpern. Und ich habe mich so halbwohl gefühlt, weil eigentlich komme ich mehr aus dem Rockbereich und bin so ein bisschen anders unterwegs als in einem weißen Kleid und Locken. Und irgendwie brauchte ich eine fetzigere Rolle. Und glücklicherweise gab es die Eintagtsfliege. Und den Song habe ich einmal gesungen und meinten, ja, Charlie, du bist die Eintagtsfliege. Klare Sache. Und dann kam noch die Schnecke dazu. Ich meinte nämlich, wenn ich schon hier bin, dann plant mich auch ein, sonst muss ich so viel warten. Und die Schnecke ist einfach, die ist einfach total die bekloppte Nummer. Und das passt dann auch wieder. Alles, was du tust, muss mit Bedacht geschehen. Keine übereilten Aktion. Es geht ja prinzipiell um die Zeit in diesem Musical. Und ich meine, Schnecke und Hase, ich glaube, fast unterschiedlicher geht es nicht. Ja, das ist total schnell und hüpft die ganze Zeit herum. Und die Schnecke, die checkt gar nichts. Und darum geht auch der Song. Und der Song hat auch verschiedene Parts, langsam und schnell. Also sehr kontrastreich. Das wird ein witziges Spiel hervorheuer auf der Bühne. Es ist recht groß. Ich meine, ihr müsst da jetzt auch lange Zeit drin wohnen. Es ist fahrbar wie ein Wohnmobil. Und es ist viel Platz für eine Minibar oder für andere Geschichten. Ich glaube, da wird uns auf der Tour schon einiges einfallen, was man da noch mit anstellen kann. Ihr könnt es euch ja mal angucken. Ja, herzlich willkommen in meinem Schneckenhaus. Das ist quasi die Sicht, die ich immer von der Bühne aus habe. Und es ist relativ groß und relativ hoch. Hier wird auch jemand drinstehen, der das schieht. Weil ich liege tatsächlich nur auf diesem Rollbrett, was ihr hier an der Seite sehen könnt. In der Farbe von meinem Anzug. Und darauf liege ich und werde durch die ganze Halle geschoben, was relativ bützig ist. Aber ich fühle mich hier sehr heimisch mittlerweile.